So, gerade in Hildesheim angekommen. Deutsche Bahn ist eine Katastrophe, ich kann es euch sagen. Wir hatten auf dem Weg mit dem ICE einen Gleisbruch, wo wir dann eine halbe Stunde Verzögerung hatten. Wir mussten einen anderen Zug hierher nehmen. Wir sind jetzt, glaube ich, zwei Stunden später da. Das ist geplant. Aber wir sind da. Jetzt geht es noch kurz ins Hotel und dann ab in die Halle. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Wenn die Spieler gerade einlaufen, ziemlich laut, ich hoffe ihr hört mich. Wir spielen heute mit Challenge. Hier sind meine Kamera. Damit haben wir eine Angehörige. Das heißt, heute gibt es keine technischen Ausseiten, aber wir spielen mit dem Challenge-System. Wir haben extra eine Firma aus Polen. Finde ich ziemlich geil, dass das ab dem Halbfinale gemacht wird. Scheiße, das ist laut. Der erste Satz, der zweite Time-Out für Gießen. Der zweite Time-Out für Gießen. Der zweite Time-Out für Gießen sieht doch ganz gut aus. Wir haben immer nur eine Serie, dann ist wieder was anderes. Aber es sieht ganz gut aus für den ersten Satz. Weiter geht es aus. Stopp! 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 Let's go! La-La-La-Le-Ich! Boah! Lass uns eins wieder. Das war. Lass uns rein! Wir sind jetzt gerade in der Reihe. Er hat doch immer noch 10. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass er nicht zu deutlich war, der Satz. Let's go, das ist der Satz, ich habe auch genug. Let's go, das ist der Satz. Wir sind im Finale, absolut verdient.